Chris, hast du das gesehen? Naja, nur noch den Schluss. Ja, jetzt hab ich einen getötet, jetzt ist die Quest gescheitert. Ja, aber egal, Alter. Loot dich jetzt mal. Ja, ja, warte, warte. Alter, das ist schon zwei drin. Bist du schon dran droben, oder was? Ja, da ist jetzt der scheiß Boss drin, Alter. Ich glaub's ja nicht. Echt, das fickt dich, Mann. Wurscht ihr? Ja, Jörg, warte doch. Der geht doch erst mal hoch. Stimmt. Dann bist du doch nicht hoch. Ja, zweiter Stock. Ach, komm schon, ich bin da ohne. Oh ja, die sind da, die sind da. Warte. Ich hab die aber... Alter, der hatte Granate rausgeworfen. Was war das? Das war deine, Mann. Ja, aber die ist zur Tür rein und dann zum Fenster raus, oder was? Na, die ist schon in der Ecke abgeprallt. Na, die ist statt zu fetschen, wieder raus, sieh ich hier. Ja, jetzt guck lieber mal, dass dieser Terminal Ruttmarschalte. Ja, jetzt mach ich den Stress. Die haben alle mich angeguckt. Ich hab keine Granaten mehr. Okay, ich regle das gleich. Kein Thema. Ich muss meine Spitzpistole laden. Schon was Granatiges dabei? Nee. Ich hab schon mal Damage gemacht. Die trauen sich nicht raus, die kann man nicht rausforcen, gell? Nein. Ist gut. Kann ich schnell nachladen. Check du mal die Umgebung, Jörg. Also das hier nehme ich jetzt gerade an. Ja, dann musst du hier schon schneller gehen. Da werden gleich Leute kommen. Naja. Dann muss ich das mal. Da hätte ich doch die scheiß AK wieder jetzt gebraucht. Die Goldnigammer. Ja, Munition. Ganz, ich geh hoch. Kannst du rein, Jörg, Jörg? Ja, mein MP7 macht halt nichts, Alter, gegen die fette Amore. Einer down. Klar, muss klippen, muss klippen, muss klippen. Ja, Alter. Ich muss zwei Magazin jetzt reinböllern. Kein Bock, dass die mich jetzt abstrafen. Hey, Muckidong. Alles fit? Oh, Alter. Hör mal auf. Ich hab grad richtig Stress. Wir wollten nur kurz Sneaky Beaky in Customs, in Dorms rein. Und jetzt ist der King Dingeling da. Und ich hab meine Granate zur Tür reingeworfen und dann ist sie zum Eck wieder rausgeflogen. Klingeling. Längel Ceramics. Hallo. Was geht ab? Ich klipp jetzt ein Magazin voll. Eben auf Interchange auch riesen Gefecht gehabt. Voll Arsch, was ihr bekommen. Ja, man ist kennig. Längel Ceramics ist jetzt kalt. Vielen Dank für deine Followerung. Was geht ab? Okay, ich hab zwei Macs geklippt. Check mal rein. Ich kann rein jetzt, Jörg. Komm hinter dir. Ich geh rechts direkt rein. Ich klipp nochmal. Wenn wir grad Zeit haben. Kommst du rein? Pass auf. Hier ist der Klingel direkt rechts. Ja, ich lauf links. Ja, ich lauf links. Kannst du Türen hinzu machen? Ja, mach mal du lieber. Ja, warte, warte, warte. Nur Kinectik jetzt. Hier ist der Klingel Ceramics. Ich lauf. Wenn du da in der Leiche bist, dann kannst du dem sein Zeug gleich luken. Ja, dann kommt aber die, wenn du lootest. Achso, okay, dann warte kurz. Bist du im Gang? Ich hör da, ich hör da dreht. Nein, nein, ich schieße, wenn du geradeaus ist. Was? Wenn geradeaus einer im Gang ist, dann schieße. Okay, ich mach die Tür zu. Ich geh in Gang, vor. Bist du im L? Wo bist du? Ich bin, ja, ja, links. Okay. Check rechts. Ich hör da auf jeden Fall, da steht irgendwo einer rum. Okay. Also mach vorsichtig. Bin... Down. Oh, lol! Der macht die Tür auf und schießt mich ab! Der ist links, rechts ist down. Auf, in, da wo im Gang die Leiche ist, ist der links im Raum drin, mit der Pistole. Das ist der Boss. Rechts drin bin ich tot und der andere drin. Was ist da jetzt id, da steht irgendwo, nicht zu. Ja, das ist da. Ja, das ist da drauf, ich kann sie dir. Alles ist das, deinem Alonso. Das ist ja du mal, weil man so auslüdbar hat. Das ist das, das ist das, der maige Überfall. Ich weiß es dir. Untertitelung des ZDF, 2020